Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Xenoverse und wir machen gleich weiter mit der Story. Ich wollte auf Sprechen noch meine, äh, wie heißt's, Dragon Balls haben, aber hat irgendwie nicht ganz so geklappt. Ja, natürlich. Naja, ich hab nur zwei, drei Mal versucht. Egal, es hat ja keine Eile, ich mach das das nächste Mal. Keine Sorge. Wir sehen schon noch alle Dragon Balls. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, wieso ich das nochmal zeige, das kennen wir ja schon, oder? Glaube ich? Oder auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Großer Kampf um die Zukunft. Mit geiler Musik. Dann ist er gut. Das ist das letzte Ereignis zumindest, äh, in der Hauptstory, dass es schiefgehen kann, aber es ist, äh, ja, egal. Bam! Das klappt nicht so. Ich wollte ihn da aus dem Kamehameha rausschießen. Das ist zum Beispiel genau die richtige Kombination. Da kann er gar nichts machen, ne? Äh, ich wollte nicht Amano machen. Irgendwie dachte ich, ich spiele gerade noch so ein Gohan. Tut mir leid. Irgendwie, irgendwie geht es mir heute nicht so gut. Ich muss natürlich trotzdem meinen Dragon Ball aufnehmen. Da kommt mir gar nichts dazwischen. Damit es nicht so lange ich es irgendwie verhindern kann. Ein bisschen Distractor Disks halber. Na, das war okay. Was haben denn die Namekjana falsch gemacht? Okay. Okay. Nice. Nice. Ich bin auch gerade irgendwie an dem Dialog interessiert, deswegen bin ich gerade so ruhig. Und weil ich gerade Kopfschmerzen habe, aber das ist nur so. Bam! Ah, sehr schön. Ich glaube, wir sind beinahe tot, aber egal. Wir haben die Mission beendet, das heißt, wir werden wieder voll gefüllt, ne? Yes, New Level. Oh, ich habe noch voll viele Attributspunkte. Ah, hier ist es! Oh, wir sind weg! 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 Oh, ich bin weg! Ich bin weg! Das war's für heute. Ich habe noch einen kleinen Schein. Ich habe ihn wirklich gemacht. Ich habe ihn geschafft, nicht? Das war's für heute. Ich bin der Welt. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne. Das war's für mich. Aber es war wirklich so großartig. Ich werde jetzt mit einem 1-1 gewinnen und 1-1 gewinnen. Ja, du hast du zwei. Ja, du hast auch gut gemacht. Hm? Was? Hm? Das war's für mich. Und wir sind wieder verschwunden. Hat ein Teil gefehlt mit Mr. Satan, aber gut. Naja, schade. Ja. 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 Ei, ei, Captain. Das werden wir zu verhindern wissen. Vielleicht? Noch ein bisschen. Das hört sich nicht gut an. Ich mag das Wort noch ein bisschen nicht. Okay. Schauen wir mal, was wir noch machen können hier. Okay und alles ist wieder gut, aber mir kommt es viel zurück vor. Da ist das verdächtig. Ja, ich denke mal, da geht was vor sich. Da geht ja immer noch was vor sich. Es gibt ja noch andere Dinge, die schief gehen können, außer der Hauptstory von Dragon Ball Z. Ich glaube, dass ich nicht so viele Dinge verletzen kann. Ich habe mich nicht verletzt, warum ich mich überrascht? Das ist ein Verletzt. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, von der Zeit, von der Zeit, von der Zeit, von der Zeit. Ich habe überrascht, und ich habe es noch nicht mehr, was ich überrascht. Du hast es nicht verletzt, was du mit dem Geist zu tun? Ich habe mich nicht verletzt, dass du den Geist zu verletzt hast. Vielleicht ist das so? Ich glaube, dass es so schön ist. Hahaha... Hahaha... ... ... ... ... ... ... ... ... Tomi-Gura, wie kann man die Zeit in die Zeit aufhören? Hä? Was ist das so gefährliche Zeit? Ah, ich weiß nicht, dass es ein glückliches Wort ist. Ah, das ist das... Verkäu-Sinn! Verkäu-Sinn-Virus ist der Vergangenheit in der Welt. Verkäu-Sinn-Virus? W-W-Sinn-Virus ist das so pot? W-W-Sinn-Virus! W-W-W-Sinn-Virus ist das so pot? W-W-W-Sinn-Virus ist das so pot? W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Die kann sich echt nicht gut mit Worten ausdrücken, dafür, dass sie 75 Millionen Jahre alt ist. Ja, gut. Machen wir mal, ne? Lord Bills ist ja, ist ja, nichts, ne? Ist ja nur das stärkste Wesen im Universum, oder? Ne, nicht mal. Es gibt ja noch viel stärkere. Das hat er ja gesagt. Das ist nicht so cool. Los geht's, Gott! Warte, Yacht-Lanx-kun! Hahaha! Hahaha! Ich dachte, dass ich hier ein Super Saiyajin-Gott habe, aber... Das ist so strange, oder? Na... Ich werde nur mit dem Püren gehen. Oh ja, Willis. Hast du den Püren gefeiert? Püren gefeiert? Du kannst du hier ein bisschen verletzen? Ich kann nicht alles essen. Gehe! 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 Ich habe ein paar Worte. Herr, bitte. Danke. Dann geht's. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Ahnung. Ich habe mich daran gedacht. Aber wie ich mich jetzt bin? Ich habe mich geradeauspricht. Gehe! Gehe! Geh'er! Vils, das ist das... Ich habe es完全 verletzt! Sehr schön, die im Film. Das ist der richtige Grund, um einfach mal den Gottheitzerstörung zu bekämpfen. Bam, 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 bam. Okay, probieren wir es. Na, Bills, was kannst du so? Was kannst du so? Oh Gott. Hat mir keinen Schaden gemacht. Die Sequenz war echt cool. Sehr schön. Wir machen auf jeden Fall Schaden. Oh, ich kann ihn nicht greifen. Das wäre fies. Come on. Das schaffen wir trotzdem. Zumindest in der ersten Stufe, ne? Gut, dass wir immer noch Piccolo als, 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 als unseren Lehrer haben. Oh, nee, Fransch, er hat es erst als Gotein Kutsch. Ich mache jetzt noch mal. Ja, komm. Das ist die Chaten-Kun. Kuchwein, der Kuchen-Kun. Das ist die Mane-Kun. Das ist die Mane-Kun. Die Kuchen-Kun-Kun-Kun-Kun. Das ist der Kuchen-Kun-Kun. Das ist die Mane-Kun. Der Kuchen-Kun-Kun-Kun. Ich könnte niemals essen. Ich werde dir nicht mehr so denken. Püren! Das ist so schön. Ich bin ein Schmerz! Der Mann für ein Schmerz ist ein Schein. Oh, Peksu! Ich werde nicht gehen, damit wir nicht in Philippen sind! Ich bin auf ihr. Er ist gerade so schön. Hey, hör auf zu spammen. Huch, beinahe in den Ball geflogen. Huch, beinahe in den Ball geflogen. Warte! Super Saiyajin Gotten ist es. Wir müssen nicht nur die Kraft der Saiyajin. Warte! Warte! Ja, wir haben Gott, Gott, Saiyajin, Goku, freigeschalten. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich finde, der Logik hat es so gut, dass ich gar nicht selber irgendwas sagen möchte. So, gehen wir mal ein bisschen aus seinem Key zurück. Und Bäm. Sehr schön. So schaffen wir das ganz gut. Bisschen ermahnen. Und Goku den größten Teil machen lassen, denn der ist ja auch hier, Gott, Saiyajin, nicht nur vom Namen her, ne? Der sollte ja auch ein bisschen stark sein. Yes. Noch mal Level ab. Oh, wir haben immer noch Punkte. Aber das reicht dann jetzt erstmal für diese Episode. Eigentlich hätte ich gleich, na egal. Gut, dann kriegt ihr halt eine 20 Minuten Episode, das passt auch. Jupp, 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 jupp. Verteilen wir noch unsere Attribute, weil wir jetzt schon wieder 12 haben. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen mehr Key haben, ein bisschen mehr Gesundheit, ein bisschen mehr Grundangriff und ein bisschen mehr Key-Explosion, ja. Das passt so. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Falls es euch gefallen hat, bitte mal liken, falls ihr euch abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Spass. Tschau Leute. Musik Musik Musik